Komm, bei Fuß. Ja, ist eigentlich auch nicht so. Ach doch, das ist uns gut. Doch, das ist gut. Das ist gut so. Lass das mal so. Ich probier das mal so. Ähm. Ja, wir sind noch nicht fertig hier. Wir können noch nicht rüber. Mal die Brücke hier. Ja, gleich. Du Glocke. Nein, ich Mensch. Nicht genug Geisteskratt. Da wird auch mal wieder Zeit. Meinser. Ja. Meine Wunden schließen sich. Und hör auf, mich zu heilen. Ich heile nicht. Hier müssen wir rein in den Keller. Hier passt nämlich gerade ein blutiges Ritual. Blablabla, Mr. Freeman. Ich brauche eine andere Fähigkeit. Die Glocke gefällt mir nicht mehr. Die ist mir zu... Glockig. Die ist mir nicht dynamisch genug. Verstehst du? Die kannst du dich einmal setzen, dann ist sie da. Dynamic. Was hat das denn noch mal reduziert? Mal gucken. Schneller. Warte. Muss ich nicht machen. Muss ich mit der Schlampe da reden. Ah. Na, ich probiere es mal. Ne, wir müssen jetzt raus. Wir sind fertig. Quest erledigt. Steht doch da. Kannst du nicht lesen oder was? Kapat-Kl-Kl-Kl-Kl-Kl. Was habt ihr vor, wenn Magda tot ist? Ich werde dafür sorgen. Ah ja, die gute alte Magda. Die müssen wir mal richtig niederwichsen. Blutmus, die Schlampe. Anal. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass ihr meine wahre Geschichte erfahrt. Ja. Mach. Bah. profit for crisis ist aber nicht der prophet ist der andere deine mutter ok weiter begleiter schon wieder alter und speicherpunkt und wegpunkt auf die sonne ich habe nicht genug geisteskraft ne das ist auch nicht so was gäbe vom eich ich muss mal eben in der stadt was denn erhöht die distanz gegner getroffen entfestet einen tödlichen rundum tritt das ist gut eigentlich tödlich junge roundhouse kick wo bist du jetzt schon wieder hin ja verticken junge wie verticken hast du gerade erst gemacht du spacko ja geht so schon wieder verticken und entzaubern und so was ist schlimm mit dir wow fette schild junge 167 rustung verkauft ich kann billig verkaufen weil ich die waren direkt wieder von eurer leiche plündere wenn ihr tot seid sehr sympathisch der typ find so gut ne mhm könnte ich sein ja schon gewonnen wo bist du im keller muss ich dem blauen pfeil nachlaufen ja oh fuck du kannst ja nicht hör auf oh scheiße das sind genau die gegner die mich total abnerven mach mal verstehst was ich mein mhm wobei ich die schon hart gefickt hab ich muss zugeben nein scheiße man wieso picken und so weit kannst du benutzen ne ich kann alles benutzen Stangenwaffen ne Cheerio hallo ja wie das wartet jetzt hier oder wie ja siehst du doch ja ja voll low level gut ne wo war jetzt hier das problem du muschi ich bin heilig ich habe nicht genug geisteskraft ich habe nicht genug geisteskraft ich bin kraftlos ja du bist geistig ein bisschen unterbemittelt das stimmt ja hat viel zu machen ne ist halt so 3 bmw kaufen das sorgt für geistige stärke vielleicht wenn du Glück hast nein doch nein was ist das nur mit nur mit russpartikelfilter junge tank mal ok für dein geld wo bin ich hin wo bin ich hin hallo tot ich bin zu schnell ich seh mich nicht ich bin zu schnell ich seh mich nicht immer in der mitte vom bild ist immer ne gerade nicht doch bist du immer ich habe noch einen berliner habe ich noch ich denke du bist ein schwarzwald ja eben so berliner achso heute hat die nicht keine fleischkäsebrötchen mehr hat die keine fleischkäsebrötchen mehr hat die keine fleischkäsebrötchen mehr ne das ist natürlich doof das ist sehr deprimierend ja weil Fleisch ist definitiv besser vor allem mit der Kombination aus Käse ja was eigentlich gar nichts mit Käse zu tun hat aber komm mal her ich habe hier heute nicht nein Quest du musst Leichen luden ne Quest komm mit ich habe Quest wo bist du denn hier auf dem Berg hier drüben bitte schneller wo bist du denn sonst verrick ich ne für kacke Würmer komm jetzt komm ihr Würmer am Arsch sind komisch die mag ich nicht meine Freundin muss äh töten kritten muss ich die ja lass dir Zeit wie immer so wo willst du jetzt ich komm wieder hin wo ist der Weg bist du da hingekommen mal rumlaufen oder was hast du die Würmer einfach vergessen oder was oh geil es kommt DRAWN TOGETHER kennst du ja jetzt kommst du jetzt mal oder hier sind alle ich muss ja erstmal die ganzen Viecher die du vergessen hast kaputt machen was für Viecher ja das ist voll hier ne ja doch wir kommen hier auf deinen scheiß Berg drauf keine Ahnung fuck you ey ich hab Boss getötet hä wo bist du denn Spacko ey Spacko ey ja ach da hä wirst du dich echt verarschen oder nein Spacko ey komm wir aber looten ja komm looten ist ja gar nichts zu looten doch ja ok ja da ist ja nichts zu looten gut wo ist der Boss jetzt äh weg er ist verschwunden ich hab kein Boss Loot oder was oh guck mal Gold ah wo ist das denn der Gold ich hab irgendwie hier wenn ich den Move jetzt mach dann schieß ich auch guck das ist wie so ein Runen Ding voll gut ich hab die Runen um den Berg schon mal ein bisschen aufgeräumt ach hört auf zu lügen ich schwör deine komische Fliege hab ich zum Beispiel schon kaputt gemacht das sind nicht meine fang äh siehste die leben noch ja hier soweit war ich ja noch nicht ich müsste ja den Berg suchen da hast du wieder scheiße gebaut hier Junge nur kacke wenn man nicht einmal alleine lässt fabrizierst fabrizierst du nur Müll selbstmord hotline cool vorrangt uu was hat der denn äh fliegen hab ich kaputt gemacht 29 Gold 24 Gold boah fuck die dissen mich was soll das denn hier das ist ja gar nix was machst du hier suchen wo weiter geht ja hier geht weiter hä da war ich doch grad schon wo du grad die ganzen Mobs herkamen als du weggelaufen bist ja da war ja nix mehr ach da geht der drunter voll versteckt mhm delicious wie suffiert der mich meine Schmerzen alles können boah Ledergürtel Junge in Gold guck mal eben was der Ledergürtel kann äh wieso verpiste ich jetzt Ledergürtel Täuscher hast du nicht zugehört mhm das ist ja so ein Mädel mhm oh schade dass ich keine Intelligenz brauche mit dem hier das Ding muss ich auch auf jeden Fall aufheben was ich grad gefunden habe ja ein Amulett mit 25 Intelligenz uh ist gut muss ja erstmal dem Mage gebracht werden also auf einen anderen zauber ich da gleich aus Versehen oder so ein Scheiß ja fein meine Schmerzen wurden gelindert meine Schmerzen wurden gelindert ja schön ah das ist kaputt warum sind die so komisch unsichtbar weil sie es können ich mag die nicht ja er ist halt so in der Wüste auch die sind scheiße Leben ist hart Leif ist es hart und ja Cock ist Hade oder weit Cockkänzer Aids ja hm äh wann sind wir aus der Wüste wieder raus wenn nackt sein ist wüsste scheiße ist der am schwersten zu fassende unter den sieben Übeln so wie ein Meister der Täuschung man sagt dass er es war der Asmodan zu einer Revolte gegen die großen Übel anstiftete damit begann der Bürgerkrieg der Bremen in Bremen und dem dunklen Ziel der großen Übeln unserer Welt der Sterblichen endete bam 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 Junge du bist falsch nein du bist falsch quack 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 siehste alter Alter was ist los bist du verrikt ja so komische Würmer da fliegende Würmer interessant ich komme du bist du nicht völlig falsch da voll richtig hier ich denke nicht Alter ist voll schlecht du bist eindeutig schlecht für meine Gesundheit hier die Geschichte warum weil die Viecher unsichtbar sind und mich ficken mach mal was tank mal für dein Geld ist etwa müde oder was okay ja sicher bin ich müde schon den ganzen Tag bin ich müde weißt du doch irgendwie meine Handy gerade auflade du mein Handy gerade auflade meintest warum ich mein Handy gerade auflade verdammt ach echt Vielen Dank.